Ein PTK-Phone ist nicht nur für den Einsatz in Kleinbussen gedacht. Auch für eine Kaffeefahrt eignet es sich hervorragend. So eine Fahrt ist immer ein spannendes Abenteuer. So kann eine Fahrt doch plötzlich zu einem Erlebnis werden, bei dem noch keiner so recht weiß, wohin die Reise geht. Keiner? Doch! Denn die Zentrale ist schon informiert und kann die ungewöhnliche Fahrt nun aus sicherer Distanz verfolgen. Und noch jemand weiß Bescheid. Ganz schön praktisch, so ein PTK-Phone. Und mit der versteckten Paniktaste können Sie sich wagemutig in jedes Abenteuer stürzen.